Hallo liebe Blenderfreunde und herzlich willkommen zu diesem Speedup Video. In den letzten Videos haben wir uns die Grundlagen zu modellieren angeschaut und in diesem Video werde ich die Küche die wir modelliert haben etwas vervollständigen und möchte euch das in diesem Video zeigen. Da das Video viel zu lange dauern würde, habe ich einfach ein Speedup draus gemacht und ihr könnt euch das ganze anschauen. In den nächsten Videos brauchen wir einfach ein paar Objekte, wo wir Materialien verteilen können und so eine Küche schaut halt einfach viel schöner aus, wenn ein bisschen was drin steht. Also Leute schaut es euch an, wenn irgendwas fehlt, dann gebt mir Bescheid, dann können wir das noch ein modellieren und ich verabschiede mich erstmal bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.